Untertitelung des ZDF, 2020 Worum geht's also die ganze Zeit um? Sie liefern mir Salieri. Die gestohlenen Geschäftsbücher. Ich habe sie. Gehören Ihnen genug, um Salieri für immer einzusperren. Wenn wir ein Deal haben. Meine Familie für den Don. Erkennen Sie jemanden? Wirklich nicht? Der Alte ist Don Pepone. Die zwei Jüngeren sind Morello und Salieri. Ja. Okay, verstehe. Wann war das? 1920? April. Morellos Hochzeitsalieri war sein Traurzeuge. Scheiße. Sind ja noch Kinder. Und schon Soldaten in Pepones Truppe. Was ist passiert? Wie konnten Sie von besten Freunden zu erbitterten Todfeinden werden? Ich wusste nicht mal, dass Sie Freunde waren. Ach, Tommy. Was Sie alles nicht wissen, könnte einen ganzen Tresor füllen. 1922 ertrinkt Pepone in einem See. Damit alles weiter glatt läuft, teilen sich Salieri und Morello die Stadt untereinander auf. Ja, ich habe die Geschichte gehört. Also was? Ihre Freundschaft hätte für die Abmachung reichen sollen. Macht aber keinen Unterschied. Nach Morello war Salieri glücklich. Dachte, uns gehört die ganze Stadt. Ich war nur froh, dass der Krieg vorbei war. Aber dann dachte ich nach. Was nützte Morello sein ganzes Geld, wenn es ihn nicht vor jemandem wie mir schützen konnte? Einem verdammten Taxifahrer. Es hat ihm nur eins gebracht. Eine riesige Zielscheibe auf seinem Kopf. Dieser Gedanke kreiste in meinem Kopf oder Sam mit einer Knarre zu mir kommen würden. Die Sache ist, das sieht man nicht. Wenn man sich auf der Straße durchschlägt, um sein Leben kämpft, dann ist der Typ neben dir nicht dein Partner, sondern dein Bruder. Für ihren Bruder würden sie töten, stimmt's? Aber nachts liegt man wach und fragt sich, was er und der Don insgeheim planen. Ob dein bester Freund hungrig genug ist, dich zu verraten? Glaubst du Probleme? Nein, Boss. Keine Probleme. Noch was für mich? Paulius ist etwas leicht. In meinem ist mehr, sollte es ausgleichen. Gehst du gern schwimmen, Tom? War ein paar Mal am Strand, klar. Ich kannte mal ein paar Typen. Fuhren mit Bräuten an den See, tranken ein paar Biere, hatten Spaß und dann stürzte sich einer ins Wasser. Er schwimmt in die Mitte vom See, und merkt, ihm geht die Puste aus, schafft's nicht zurück. Er ruft um Hilfe. Der andere Typ ist ein guter Schwimmer. Er schwimmt raus, um seinen Kumpel ans Ufer zu bringen. Der erste Typ ist dumm und weiß nicht, dass das Wasser zu tief für ihn ist, wird panisch, hängt sich an seinen Freund, beide gehen unter, tauchen nicht mehr auf. Pauli ist dein Freund und du bist loyal. Ich respektier das. aber zahl nie wieder seine Rechnung. Okay, Boss. Gut. Jetzt kümmern wir uns um diesen Turnbull. Den angehenden Gouverneur? Ja, den. Er redet davon, uns das Geschäft schwer machen zu wollen. Pff, lustig. Er gibt mehr für Huren aus als Pauli und Sam zusammen. Soll ich ihn besuchen? Vielleicht bestechen? Nein. Trau nie einem Heuchler, Tom. Wir müssen seine Ambitionen beenden, und zwar so, dass niemand auf dieselben Gedanken wie er kommt. hat Winnie einen Plan? Na klar. Turnbull hält eine Rede bei Central Island. Das Rednerpult ist abgeschirmt und schwer zu erreichen. Vom Turm im alten Gefängnis kannst du die Kundgebung gut sehen. Von dort verpasst du ihm ein drittes Auge. Okay. Ich hol mir von Winnie die Waffe. Denk dran, du hast nur eine Chance. Verfehlst du ihn, wird er sofort weggebracht. Ich bin ihr bester Schütze. Sonst würden sie nicht mit mir sprechen. Dann mach es. Na, hübscher? Ladies? Deine Frau hat dich nicht verdient. Weißt du das? Der schaut nie rüber. Ist ein braver Junge. Hey Tommy. Der Boss meinte, du hast was für mich. Ich hab da was von dem Typen in Fort Stenmore. Salieri will das sauber durchziehen. Also ganz ruhig, bis der Kerl tot ist. Little Tony hat eine von diesen für dich versteckt. Oben im alten Knast? Ja. Die Familie kennt den Laden sehr gut. Die aktuellen Bewohner sind ziemlich übel. Pass also auf. Little Tony hat das Gewehr in dem Zimmer mit Aussicht versteckt. Im obersten Stockwerk. Hab die Schnauze voll von diesen Politikern. Die Stadt gehört uns, Tom. Genau zwischen die Augen. Such dir einen Weg rein und geh zum Wachtturm. Ganz oben ist abgesperrt. Dafür ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel. Untertitelung des Verkaufs ausgesessen. Dieina Nebenwirkus twelve nach Tribüne Jetzt über Nacht, das . Untertitelung des ZDF, 2020 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 Da kommt jemand! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ah, Mist. Wie lange war ich weg? Oh, Mist. Wie lange war ich. Der Schuss kam von hier oben! Boss meinte, er wurde vor Ort für tot erklärt. Er wurde hier in den Bord. Ich bin hier in den Bord. Sie können hier in den Bord. Sie sind nicht alle. Ich bin hier. Sie sind auch nicht alle. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Schnappt ihn! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Die Kollegen, bitte vor Ort zusammenfinden. Verstärkung benötigt. Straßensperre in Position. Wir haben sie. Kollegen sind unterwegs. Straßensperre platzieren. Ich bestätige. Er ist im Works-Porter. Alle Wagen zum Works-Porter. Wir haben ihn irgendwo im Works-Porter verloren. Bleibt in Alarmbereitschaft. Gehörse Neuigkeiten heute. Er wurde zu Fuß gesichtet. So griffst. Gehörse Neuigkeiten. Gehörse Neuigkeiten. Der kann nicht weitgekommen sein. Er ist in einem Wagen. So schnell wie man sich festlesen kann. Wir haben ihn irgendwo im Works-Porter verloren. Bleibt in Alarmbereitschaft. Alle Wagen, Verfolgung ist beendet. Suche beenden und zurück zurück. Patrouille. Das ist ein Wagen. 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 Das ist ein Wagen gestohlen. Das ist ein Wagen. 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 Das sind Wagen. Das ist ein Wagen. Scheint so. Ich muss jetzt los. Tom. Tu nichts, wofür du nicht in Erinnerung bleiben willst, okay? Dafür ist es zu spät.